ja auch überall nicht wow okay das ist schlecht ziehe vielleicht noch gold auch nicht okay vielleicht wird es auch einfach nur nicht angezeigt was im dunkeln ist das kann natürlich sein ich hoffe dass es so ist sonst habe ich ein problem seid ihr wieder da sehr schön geht rein holt euch was zu essen schlaft eine runde wir gehen gleich wieder los wenn wir erst mal genügend bösartigkeit bösartigkeit haben und unsere leute sich vervielfältigen konnten wir bisher keine untoten die kommen erst später mit dazu und eine benchy können wir tatsächlich auch schon rekrutieren was machte benchy so besonders wer kreis denn da so rum um diese zeit ohne wissender bauerntölpel nahe kämpferin die in einem bereich vor sich schaden austeilt und alle betroffenen gegner verlangsamt das ist ihre möglichkeit sich das richtig die produziert werkzeugkisten es ist immer doof dass man da nicht so hingehen kann um herauszufinden was die eigentlich machen dafür muss man immer wieder in den almanach gehen um dann herauszufinden was genau sie tut kreaturen nach hier dämonen horde neutral und tote banshee anzahl an magischen kisten die die kreatur pro minute durchgängige arbeit produzieren kann du kannst magische kisten produzieren aber wir haben noch gar nichts wo banshees eigentlich arbeiten können das ist doch eigentlich für andere gedacht sehr interessant dann haben wir den im der im selber soll natürlich mana produzieren menge an mana die die kreatur bei durchgängiger arbeit pro minute produzieren kann natürlich immer abhängig von der effizienz damit eingeteilt wurde und jetzt können wir endlich den mana schreien mit aufbauen so dass dann mana auch eingelagert werden darf machen wir das ding noch größer und sobald wieder werkzeuge haben werden auch die fallen endlich erstellen so dass wir zumindest im dungeon selber ein wenig schutz haben natalia hier wird noch geschlafen geruht aber nicht mehr lange eine banshee nehmen wir dazu gerne noch ein ork und ein imp da kommt das grab der banshee mit hin damit sie dann auch mal ihre glücker hat hast du gedacht ich hätte nicht noch ein ass im ärmel ich habe einen zweiten todes hammer bauen lassen der wird mit deinem dungeon aufräumen los männer noch so ein ding verdammter mist bereitet euch auf den einschlag mit einem rubbel die katz sauste der zweite todes hammer auf den boden hinab und sandte zerstörerische wellen in richtung des dungeons das dungeon herz ächzte unter diesem schlag auch dieser todes hammer musste schnell zerstört werden um das dungeon herz verungemacht zu bewahren damit meinem armen hämmerchen nichts passiert habe ich ihn mit einem sld 26 magischen magiertürmschild generator abgesichert beißt euch also ruhig daran die haue aus großzügigerweise verriet der trottelige zwergenkönig grimli dem lauschenden und sich alles notierenden bösen die sicherheitsmechanismen ehe der zweite todes hammer ausgeschaltet werden konnte musste ein team auf endor landen ich meine musste die armee des sternkriegs lüsternen bösen den magischen schild vernichten alles klar dann machen wir erst die magier turm platt und dann den todes hammer nummer zwei kriegen wir wir sind gut im kaputt machen das sind wir durchaus noch die guru guru fahren ach gott wer hat denn das teil hier mit gebaut da hast grab das mal wieder zu hier zu machen es sind feinde in eurem dungeon sollen sie kommen ist nicht schlimm wichtig ist nur dass wir das teil hier wieder zu machen mit die guru gurus ordentlich kommen ein paar erfahrungspunkte gab das schon mal das ist gut doch die menschen hat gleich ein paar erfahrungspunkte bekommen ich bin stolz auf dich meine kleine du bist neu und frisch bei uns es freut mich natürlich sehr dich kennenzulernen drehe ich mal um wir wollen dich sehen umdrehen hallo hallo ja wunderschön du bist echt eine tolle publik ja nichtsdestotrotz wir können jetzt bis zu 30 gurus haben und dementsprechend auch ganz ganz viele leute die sich uns anschließen wollen 14 leute können mit untergebracht werden wir werden das jetzt noch einmal erhöhen um die 15 leute dann auch vollständig zu haben und dementsprechend noch zwei weitere kreaturen mit hinzubringen heißt eine naga und meinetwegen auch noch ein imp und dann ziehen wir los meine lieben wir ziehen rein ins gefecht die restliche bösartigkeit werden wir natürlich auf andere weise dann versuchen zu behalten du kommst mit du kommst mit gerne noch eine naga eine bleibt hier der zombie kommt mit die benji kommt mit wir brauchen die beiden imps die schon ein bisschen stärker sind plus noch einen normalen und 1234 na du nicht egal so wie gleich noch talia dann haben wir wirklich alle die wir brauchen alle anderen bleiben hier und beschützen den dungeon weiterhin ich hoffe das sind noch genug ach sei ruhig ja drei leute das ist okay wenn hier sowieso erst mal die falle gebaut wurde und die werden jetzt erstmal hinstellen den verdrescher zack so der wird produziert eine tüftler maschine da kümmern sich gleich orks oder goblins oder ähnliches zeug drum und wir bewegen uns jetzt zum hammer zum zweiten wohlgemerkt doch zuvor gehen wir erstmal den steinhaufen hier zerkloppen damit wir einmal rumlaufen können um dann den kristall kaputt zu machen der tatsächlich den hammer beschützt und dem ein schutzschild gegeben hat von dort aus kommen wir ich glaube nicht runter müssen wir einmal wieder rumlaufen noch so was elendiges jedoch geht es muss links rum und dann rüber okay machen wir einmal gespeichert zwischendurch das ist nett dankeschön die armee des sich umschauenden bösen hatte einen steinhaufen entdeckt mit etwas brachialer gewalt würde dieser in die schlucht stürzen und so etwas wie eine brücke bilden computerspiel logik dadurch dass wir so viele leute sind kommen natürlich nicht viele erfahrungspunkte zustande aber das ist nicht schlimm muss müssen sie auch nicht denn wir haben ja die möglichkeit uns noch weiter aufzustufen das werden wir jetzt auch gleich mal nutzen so zweimal für die orks beziehungsweise die torte und dann später noch ein paar mal für unsere ims dass auch die noch ein bisschen stärker sind wenn wir gegen grimly antreten woher es sieht so böse aus wenn alle gleichzeitig angreifen und wieder gibt es mehr bösartigkeit ich liebe es zack so jetzt sind die ims wieder ein bisschen stärker und das ganze gebiet wird einfach nur dunkel und böse da ist nichts weiter los dann gehen wir mal weiter hier hoch und da hauen sie schon alles raus was es gibt das nächste rekrutierungs lager ist da und das heißt auch da wird erst mal nicht nichts mehr kommen jetzt haben wir hier ein paar türme vor uns sowie natürlich den kristall und helden sind auch noch da schnell 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 einen haben wir zumindest erledigt okay die anderen beiden müssen wir halt mit denen fertig machen die noch da sind sind immerhin vier stück ja nicht mehr danach ist gut wichtig ist dass mir hier oben auch keine leute sterben aber noch scheint alles in ordnung zu sein das sieht hier unten aus ihr habt es überlebt und diejenigen die bei uns im dungeon gestorben sind kriegen jetzt eigene gräber und dadurch entstehen neue zombies und dann haben wir irgendwann riesige zombie horden und das kann richtig böse enden also das dann wirklich auf dauer durchzuziehen das ist echt gemein das ist echt fies voll weggeschossen die arme tut mir doch schon ein bisschen leid aber nein ich bin das böse mir tut gar nichts leid im gegenteil ich verstärke meine leute immer weiter jetzt habe ich schon zwei sowieso gehabt auch jeden mal so ein bisschen bitte haben sich die zombies irgendwie vermehrt oder warum waren das mit mal so viele aber im dann schon werden wir jetzt auch einen gewissen schutz dank zombies haben ach Gott ich habe den kristall gar nicht zerstört ich bin ja auch doof ihr werdet mir wahrscheinlich beinahe in die kommentare geschrieben haben glücklicherweise konnte ich vorher dagegen angehen so zauber erforschen erforschen schaltet den zauber verzauberter raum frei der die effizienz eines einzelnen raums steigert zudem erhaltet ihr über die schrift rollen zugriff auf drei weitere zauber hände weg von meinem sld 26 magischen magierturm schild generator hey grimli dein spielzeug hält aber nicht viel aus meine kumpels haben es nur kurz in die hände gekriegt und schon ist es kaputt so leute schauen wir uns mal diesen zweiten todeshammer an oder finger weg oder ich beiß sie die ab verdammte gehöre macht den todeshammer bereit grimli schien etwas verzweifelt nachdem sich das manchmal als stand-up comedian betätigende böse als strategisch brillant herausgestellt hatte unbarmherzig ließ es seine armeen in richtung des zweiten todes hammers marschieren und es läuft gut es läuft sehr gut wir kommen super voran in dieser mission das dungeon herz ist auch nicht niemals unter 50 prozent gefallen diese dinge halten ja wirklich nichts aus oder grimli ich glaube deine beiden hämmer sind mir aus versehen kaputt gegangen tut mir so leid ich werde dich mit meinen bloßen händen erwürgen mädel verdammte wieder fertige damit wir nachher nicht die ganzen kraftausdrücke von grimli rausschneiden müssen übernehme ich hier das brillante böse hatte es geschafft auch der zweiter hammer der zwerge wahre geschichte und seine armee näherte sich unaufhaltbar der zwergenstadt stahl schmiede in den händen verarbeitung der von der stadt in richtung des dungeons zog mischte sich nun noch etwas anderes es war bei angst schweiß dass wer aus gutem grund wir werden ihrer stadt dem erdboden gleich machen wir könnten auch immer noch zur guten seite zurückkehren lass mich kurz darüber nachdenken nein was macht ihr da okay so du kannst dich wahrscheinlich nicht heilen richtig und du wirst wahrscheinlich auch nicht von den aggas mit geheilt so wie es mit denen auch der fall ist du musst einfach irgendwann wieder auferstehen sowie die da stehen auch bald wieder auf jetzt nehmen wir erstmal diejenigen die da sind feinde sind in den dungeon eingedrungen zu spät zu früh eigentlich wieso bist du sauer bist die ganze zeit hier im dungeon und kannst machen was du willst was wäre denn für ein problem irgendwie brauche ich hier mal hilfe bitte es wäre sehr nett wenn das funktionieren würde die haben alle hunger aber essen ist doch genug da egal offensichtlich wird die benji nicht geheilt sie muss immer wieder auferstehen das ist natürlich doof für uns ich habe eine überraschung für dich du weißt ja alle guten dinge sind drei im ernst du hast noch einen verdammten todes hammer einen todes hammer ich habe drei todes hammer das ganze noch dreimal das scheint mir doch sehr einfallslos du bist so stopp hammerzeit die drei todes hämmer hatten gemeinsam deutlich mehr wums als ein einzelner es würde dem danschen herzen sicher guttun wenn auch diese als bald den betrieb einstellten durchaus hammer schlägt erst in zehn minuten wieder zu und wir haben nicht mal die nicht mal ein viertel verloren gut aus auf die da hinten bitte nun nicht unbedingt die banshee die kann während dessen den hammer angreifen haben wir da schon mal erledigt das sieht gut aus was kostet es dich aufzustufen ist relativ günstig damit bist du wesentlich stärker oder den schaden jeweils um zehn erhöht das sind nun mal eben 20 schaden mehr plus natürlich jeweils 300 lebens energie also 600 lebens energie mehr gut gemacht zwei hammer sind weg einer ist noch übrig so unsere horde ist auch wieder ein bisschen stärker ich hoffe wir werden jetzt den rest auch schaffen ich denke dass es gleich ich werde mich selbst um dich kümmern für tot und glorie das haben wir haben soll erschallen in der klamm ein allerletztes mal männer dies möge die stunde sein da wir gemeinsam schwerter ziehen auf zu zorn auf zu verderben und blutig morgen endlich treffen wir uns grimly deine letzte stunde hat geschlagen ein ork erschlagen natürlich aber wenigstens kriegen wir die da hinten weg denn die haben schon so ein bisschen genervt jetzt stärker kann ich auch nochmal aufstoßen und dann müssten wir es eigentlich gleich geschafft haben auch wenn er sich hier wirklich mit aller macht versucht zu wehren er hat verloren mit diesen worten hauchte grimly der zwergenkönig sein leben aus ein wohlverdienter sieg für das böse all die sagen und geschichten die sich um gute helden ranken solch ein quatsch am ende wird immer das böse triumphieren zeit meinen sieg auszukosten talia was hast du getan du hast grimly getötet dafür werde ich dich bestrafen müssen bleib wo du bist ich bin in ein paar stunden bei dir natürlich offenbar war Thanos alles andere als begeistert von den taten seiner ziehtochter das einsichtige böse wusste dass eine konfrontation noch nicht ratsam war und befahl talia nach westen zu reisen immer nach westen wir könnten aber auch auf vater warten und versuchen ihm das ganze zu erklären so naiv kann doch noch nicht einmal meine gute seite sein er wird mir das fell abziehen wenn er mich jetzt in die hände bekommt solange seine wut nicht verraucht ist sollte ich ihm keinesfalls unter die augen treten leider muss ich da meinem bösen ich mehr oder weniger zustimmen wir sollten erst einmal gras über die sache wachsen lassen und lief los meine lieben wir haben es geschafft auch diese mission ist sehr sehr gut abgeschlossen wir waren sogar schneller als viele andere im globalen ranking hinderlich wie überall war hier der eigene todesfall nachdem den zwergenkönig grimli ein vorzeitiger tod durch die armeen des helden verprügelnden bösen ereilt hatte machte sich talia aus dem staub sie zog mit den bösartigen kreaturen in die tunnel und minen von starschmiede die mit den entferntesten orten der welt verbunden waren die überstürzte abreise erwies sich als goldrichtig denn schon kurz darauf erschien thanos auf der bildfläche und mit ihm eine gewaltige armee des guten als er den leblosen körper seines freundes sah schrie er seinen zorn in die welt wie es über emotionale helden nun einmal zu tun pflegen während die kamera langsam aufwärts zoomt einige stunden später fand sich thanos zusammen mit seinen verbliebenen mitstreitern in einem zelt ein wir geben nun in etwa das wieder was besprochen wurde mimimi das böse wird uns vernichten wir sind verloren jammer 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 und noch andere dinge dieser art letztlich rief thanos seine mitstreiter zur ruhe auf und befahl ihnen in ihre reiche zurückzukehren und deren verteidigung aufzubauen sie taten also das was halt alle guten völker so machen sich hinter dicken mauern ängstlich verschanzen und zu hoffen dass der sturm vorbeizöge und andere träfe wie überaus edelmütig thanos sandte unterdessen späher aus um seine dem bösen verfallene schülerin aufzuspüren thalia hatte sich in der zwischenzeit durch die minen von stahlschmiede geschlagen dabei aus versehen eine armee erweckt und war vor einem peitschen schwingenden dämon geflohen was einem halt so passiert wenn man in zwergischen tunneln unterwegs ist immerhin hatten sie thanos und seine armee hinter sich gelassen und bewegten sich nun unbehelligt durch das hinterland darauf brennend chaos und schrecken zu verbreiten und ein bisschen entsetzen aber nur ein bisschen tja meine lieben die nächste kampagne beziehungsweise die nächste mission in der kampagne werden wir jetzt natürlich auch spielen und ich freue mich jetzt schon drauf denn die stahlschmiede ist durch grimli ist raus das heißt nur noch thanos ist vor uns und seine riesige armee ich bin gespannt ob er noch jemand anderes aus dem hut zaubert aber ich gehe davon aus dass das nicht der fall ist meine lieben zwei folgen hat es gedauert und damit war auch diese mission wieder durch bis gleich im nächsten part und dann natürlich geht's weiter der presidente befiehlt sofort ein abo da zu lassen sonst sonst was genau